Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2299. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich finde, es ist gar nicht so kalt draußen und der Wind macht mir auch nichts aus. Hast du keine Mütze? Ich finde, es ist gar nicht so kalt draußen und der Wind macht mir auch nichts aus. Hast du keine Mütze? Ich finde, es ist gar nicht so kalt draußen und der Wind macht mir auch nichts aus. Hast du keine Mütze? Zum Valentinstag hat Alexander mir rote Luftballons in Herzform und ein weiteres Geschenk mitgebracht. Zum Valentinstag hat Alexander mir rote Luftballons in Herzform und ein weiteres Geschenk mitgebracht. Ich rauche nur eine Schachtel Zigaretten am Tag. Beim Föhnen achte ich darauf, dass die Haare nicht zu trocken werden. Beim Föhnen achte ich darauf, dass die Haare nicht zu trocken werden. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, weil ich schon zwölf Stunden arbeite. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, weil ich schon zwölf Stunden arbeite. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, weil ich schon zwölf Stunden arbeite. Ich kann dein ständiges Jammern nicht mehr ertragen. Interessante Sehenswürdigkeiten sind im Reiseführer erwähnt. Interessante Sehenswürdigkeiten sind im Reiseführer erwähnt. Interessante Sehenswürdigkeiten sind im Reiseführer erwähnt. Aber die Disco reicht uns. Viele Studien zeigen, dass eine kurze Pause nach etwa einer Stunde Arbeit besonders wohltuend ist. Welchen Namen hast du deinem Stofftier gegeben? Welchen Namen hast du deinem Stofftier gegeben? Welchen Namen hast du deinem Stofftier gegeben? Maria hat ein Glas mit Honig in ihrer linken Hand. In der rechten Hand hält sie einen speziellen Löffel. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Die Häuser stehen dicht beieinander. Die Straße ist zu schmal für Autos. Die Häuser stehen dicht beieinander. Die Straße ist zu schmal für Autos. Kann ich deine Liste mit der Aufstellung haben? Kann ich deine Liste mit der Aufstellung haben? Ich bin gespannt, was du geschrieben hast. Warum kommst du nicht mit? Wir können doch zusammen dorthin gehen. Warum kommst du nicht mit? Wir können doch zusammen dorthin gehen. In diesem Gebäude konnte ich kurzfristig Büroräume für das Team anmieten. Probieren ist Pflicht. Sonst kann ich ja nicht beurteilen, ob der Kuchen auch wirklich gut wird. Probieren ist Pflicht. Probieren ist Pflicht. Sonst kann ich ja nicht beurteilen, ob der Kuchen auch wirklich gut wird. Die Bücher sehen gebraucht aus. Die Bücher sehen gebraucht aus. Ich bin überrascht, dass das Ergebnis so gut geworden ist. Ich bin überrascht, dass das Ergebnis so gut geworden ist. Wir haben das große Glück, uns jedes Jahr drei Wochen Sommerurlaub am Meer leisten zu können. Beim Training auf dem Laufband werden viele Kalorien verbrannt. Beim Training auf dem Laufband werden viele Kalorien verbrannt. Zwei Männer spielen Schach auf einer Parkbank. Wir überlegen gemeinsam, welche Farbkombination wir für die Präsentation verwenden wollen. Wir überlegen gemeinsam, welche Farbkombination wir für die Präsentation verwenden wollen. Mein Vater hat ein Flugzeug aus Holz gebaut. Mein Vater hat ein Flugzeug aus Holz gebaut. Mein Vater hat ein Flugzeug aus Holz gebaut. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Was hat ein Flugzeug aus Holz gebaut. Vielen Dank.